Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 In welche Partei will sie denn eintreten? Gibt ja nur eine hier. Meine Tochter in die Partei? Gibt's doch nicht. Niemals, du. Aus dir soll wohl auch nichts werden, oder wie? Jörg ist doch auch in der Partei. Aus mir sind wir nicht geworden, weil... Du, was? Erzähl doch mal. Ist aus mir nicht geworden? Du musst aber wissen, dass der Doris... ...ist kein Fest. Das weiß ich doch, wie das Manifest ist kein Fest. Warte mal, jetzt lass mal schön deine Schwester in Ruhe, ja? Und sorg mal, dass du morgen in der Schule Ja sagst. Mama, ich geh doch nicht drei Jahre zur Armee. Ach nee, dann willst du wohl nicht in Moskau studieren, oder wie? Ach, der soll in Moskau studieren? Wird ja immer besser. Mit dem Zeugnis, ja? Was? Studieren in der Rosai? Der Junge gehört nach Oxford oder an die Sorbonne. Zum I-Mann geht man doch nur mit der MP in der Faust oder mit der Kugel am Bein. Weißt du, was du bist, Heinz? Du bist ein Revanchist und Schafmacher. Was soll aus euch denn mal werden, wenn ich mal nicht mehr da bin? Was ist denn denn? Gitterlich. Ja, wo will sie denn hin? Hier kommt doch überhaupt keiner raus. Wer kommt hier nicht raus? Wir kommen überall hin nach Thüringen, überall. Auf den Mond. Wir wandern als erstes auf den Mond. Das ist der Ecker. Die Kamera. Der Hund, Mensch. Der Hund. Der Hund ist aber unter Niveau jetzt. Und Sie sind also aus dem imperialistischen Ausland. Wie bitte? Ausland? Ausland? Aus Deutschland? Das hab ich dir doch vorhin erklärt. Nein, das ist ja der andere Deutsche. Wir sind ja alle Deutsche. Nein, das hast du so nicht gesagt. Es gibt solche und solche. Aber nur Deutsche. Das ist ja der andere Seite. Das ist ja der andere Seite. Vielen Dank.